Also es wäre naiv und auch nicht den Strukturen des Sportes angemessen, dem Sport eine unpolitische Dimension zuzubelegen, wie man das immer wieder versucht hat. Nicht alles am Sport ist politisch, aber sehr viele Dinge, die im und über den Sport vermitteln passieren, haben eine erhebliche politische Bedeutung. Und das Jahr 2022 ist in dieser Hinsicht sicherlich mit den beiden Sportgroßereignissen, Winterspiele Peking, Katar, Fußball-Weltmeisterschaft, ein Höhepunkt dieser Entwicklung. Manchmal vielleicht auch ein unrühmlicher Höhepunkt. Eine Runde mit. Der Wissenschaftspodcast der Deutschen Sporthochschule Köln. 32 Teams, 64 Partien und ein Land ohne Fußballtradition. Am 20. November beginnt in Katar die Fußball-WM, zum ersten Mal überhaupt im arabischen Raum. Und schon seitdem die WM 2010 an Katar vergeben wurde, gibt es viel Kritik am Austragungsort. Menschenrechtsverletzungen, Todesfälle auf Baustellen, fehlende Frauenrechte, Homophobie. Es gibt aber Befürworter des Turniers, die hoffen nämlich, dass die Aufmerksamkeit, die die WM erzeugt, die Lage in Katar besser macht. Mein Name ist Jan-Hendrik Raffler und in diesem Eine-Runde-mit-Spezial möchte ich mit Professor Jürgen Mittag sprechen, dem Leiter des Instituts für Europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung der Deutschen Sporthochschule Köln. Was spricht für die Fußball-WM in Katar? Was dagegen? Wie ist die Situation in Katar gesellschaftspolitisch einzuordnen? Und was bringen Boykotte? Jürgen Mittag ist Experte für Sportpolitik, sowohl regional als auch international. Und er forscht unter anderem zum sozialen Dialog im Sport und zu den sportpolitischen Herausforderungen. Also los geht's, eine Runde mit Professor Jürgen Mittag. Hallo Herr Professor Mittag, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Wir haben jetzt Ende Oktober, wo wir diese Folge aufzeichnen und uns steht, ja ich nenne es jetzt mal ein besonderer Winter bevor. Eine Fußball-WM im Winter mit Endspiel am 4. Advent. Das ist immer noch für viele, ja unglaublich und zum ersten Mal tatsächlich überhaupt findet ja auch eine Fußball-WM im arabischen Raum statt. Deswegen erstmal vielleicht die Frage an Sie, sind Sie dann schon in Fußballstimmung oder wie groß ist denn Ihre Vorfreude auf dieses Event? Nun, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist sicherlich die umstritzendste aller bisherigen Fußball-Weltmeisterschaften und es deutet sich durchaus an, die Ticketverkäufe, aber auch die Nachfrage nach Berichten, nach Medien, nach Organen, nach Informationen, dass das WM-Ereignis schon eine größere Bevölkerungszahl mobilisieren wird. Allerdings eben auch eine kritische Bevölkerung und das spiegelt sich, glaube ich, auch im wissenschaftlichen Umfeld wieder. Auch die Wissenschaftler schauen mit einer gewissen Distanz und vielleicht mit größerer kritischer Beobachtungsnotwendigkeit auf dieses Event, als das sonst gemeinhin bei Sportgroße Ereignissen der Fall ist. Ja und wenn man sich so umhört, dann geht es vielen Deutschen, glaube ich, auch ähnlich. Viele kritisieren die WM, die Menschenrechtsverletzungen. Die wissen aber auch nicht so recht, wie sie sich verhalten sollen und denken sich dann vielleicht, naja, ob jetzt eine Person mehr oder weniger vorm Fernseher sitzt, ändert vermutlich auch nichts. Oder ist es doch so, dass das was ändern würde? Doch, es würde sicherlich seinen Ausdruck finden, nur ich denke nicht, dass es quantitativ wirklich deutlich zu Buche schlägt. Es wird in der Tat Fans, Zuschauer, Sport- und Fußballbegeisterte geben, die sagen, nein, das möchte ich nicht, das schaue ich mir nicht an. Alle Erfahrungen der Vergangenheit sagen aber auch, wenn es im Vorfeld eine kritische oder sogar sehr kritische Berichterstattung gegeben hat, ob das vergangene Olympische Spiele oder auch Fußball-Weltmeisterschaft, man denke an die Fußball-WM in Russland, man denke aber auch an die WM in Brasilien. Es hat trotzdem nichts geändert, dass nachher dann doch in dem Augenblick, in dem der Ball rollte, die Zahlen sehr hoch waren, hohe Einschaltquoten. Und gerade im Winter steht das auch jetzt zu erwarten, adventliche Vorfreude hin oder weihnachtliche Begeisterung her. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen weltweit weiterhin sehr groß und sehr hoch sein werden und auch dieses Fußball-WM sich in die Reihe derjenigen Mega-Events einreiht, die wahrscheinlich auch den einen oder anderen neuen Rekord schlagen. Wir wollen das Thema Fußball-WM in Katar in dieser Folge sachlich aufarbeiten. Wir wollen darüber sprechen, wie Protest auch aussehen kann, natürlich auch, was er bewirkt, aber natürlich auch die Situation in Katar sachlich einordnen. Und Sie haben ja im Vorgespräch auch schon verraten, dass Sie auch schon mal da waren in Katar. Vielleicht können Sie mal sagen, was für Eindrücke Sie da gewinnen konnten. Nun, man muss sich Doha und Katar wirklich als eine zwar sehr kleine, aber höchst dynamische Region vorstellen. Katar ist eine Baustelle. Katar ist ein Land in voller Entwicklung, das nicht erst in den letzten wenigen Jahren, sondern eigentlich seit zwei oder drei Dekaden aus einem ehemaligen Wüstenstaat, aus einer abhängigen Kolonie, ist mittlerweile ein hochmoderner, ein infrastrukturell exzellent ausgestatteter und auch mit hohem Bildungsstandard und hohen Lebensqualität versehener Staat entstanden. Diese Dynamik kann man sich kaum vorstellen, wenn man nicht berücksichtigt, dass da eben vor drei Jahrzehnten oder drei bis vier Jahrzehnten weitgehend Wüste noch bestanden hat, wo heute eben die Sportstätten, aber eben auch die stehen oder die Menschen leben. Und das ist, glaube ich, der erste Eindruck, der sich bei Doha und Katar ein- und aufdrängt, wie viele Veränderungen, welche Dynamik und welche Modernität in diesem Raum zum Tragen kommt, dass vieles dann doch einen artifiziellen, einen künstlichen Charakter hat und vielleicht nicht von der Lebendigkeit, von den gewachsenen Strukturen zeugt, die man gemeinhin in urbanen Räumen und Settings erwartet. Das ist dann wiederum die Kehrseite der Medaille. Sie haben es gerade gesagt, vor drei bis vier Jahrzehnten war da nur Wüste. Jetzt findet tatsächlich in ein paar Wochen die WM statt. Und um vielleicht noch mal so ein detailliertes Bild geben zu können, fangen wir doch noch mal ganz vorne an. Und wie kam es denn eigentlich dazu, dass die WM, das wurde ja 2010 quasi bekannt gegeben, dass dann tatsächlich die WM ausgerechnet an Katar vergeben wurde? Das war ja jetzt mal vielleicht milder ausgedrückt ein ziemlich undurchsichtiger Prozess. Wie kam es dazu? Nun, es kommen mehrere Dinge hier zusammen. Zum einen der Umstand, dass Katar schon seit Längerem eine Sportstrategie entfaltet, entwickelt hat. Also das ist kein Prozess, der erst 2010 eingesetzt hat, sondern der da praktisch einen ersten Höhepunkt schon mit erreicht hatte, dass diese WM-Vergabe in Richtung Katar vergeben wurde, ausgerichtet wurde. Aber man hat schon drei Jahrzehnte vorher eigentlich angefangen oder zweieinhalb Jahrzehnte vorher angefangen, also Mitte der 1990er Jahre, sehr umfassend, sich um Sportgroßereignisse zu bemühen, diese in das Scheichtum zu holen, in das Emirat zu holen und dort entsprechend eben Sportgroßereignisse auszutragen. Ob das Handball leicht erledigt oder andere Bereiche waren, es war, hat in der Vergangenheit eine Fülle von Sportgroßereignissen im Bereich Katar stattgefunden, unter vergleichsweise professionellen und von den Sportverbänden auch durchaus sehr gutierten Rahmenbedingungen. Dass die Weltmeisterschaft dann in der Tat an Katar zugesprochen worden ist, dazu bedurft es mehr. Dazu bedurft es auf der einen Seite eines Rotationssystems, das eben vorangegangene Kontinentalföderationen ausgeschlossen hat. Das spielte eine gewisse Rolle. Es spielte aber auch eine Rolle, dass Katar eben sehr gezielt Einfluss genommen hat. Wir hatten eine Doppelvergabe. 2018 Russland, 2022 stand eigentlich die USA als designierter Ausrichterstaat im Raum. Und bis heute weiß das nicht wirklich, ist das nicht bis wirklich der Allgemeinheit bekannt und auch nicht den Insidern, wie Katar es dann vermocht hat über seine verschiedenen Kanäle, über die Einflussnahme auf den Französischen Verband, auf die UEFA, Platini, über Saint-Germain-Paris und über andere Kanäle, aber eben auch auf den südamerikanischen Verband, auf einzelne Personen in der Form Einfluss zu nehmen, dass man nachher eben die entsprechende Stimmenzahl oder die legierten Zahl im FIFA-Exekutivkomitee hatte, die notwendig war. Jetzt muss man wissen, und das ist wirklich auch ganz entscheidend, anders als beim IOC und anders als in Zukunft in der FIFA, ist es eben das Exekutivkomitee, was da das letzte Mal über den Vergabeprozess eben entsprechend entschieden hat. Ein sehr kleiner Kreis, 25 Personen, die zu entscheiden haben. Und man kann sich vorstellen, dass 25 Personen eben durchaus leichter, besser, gezielter zu beeinflussen sind als ein größerer Kreis, der absehbar für den Entscheidungsprozess zuständig wird. In Zukunft wird das eben der FIFA-Kongress sein, in dem dann eben alle Mitgliedsverbände entsprechend repräsentiert sind. Auch da wird es Einflussnahme geben, aber eben nicht so gezielt und nicht so konzentriert, wie das jetzt beim Vergabeprozess für Russland und Katar der Fall gewesen ist. Das heißt, wenn man jetzt fragen würde, was dran ist an den Vorwürfen, ob die WM tatsächlich gekauft ist, kann man wirklich sagen, ja, das geben die Katare ja quasi offen zu, aber sie sagen ja, dass sie nach den Regeln der FIFA gespielt haben. Das heißt, das ist im Prinzip richtig nach Ihrem Denken, oder? Das ist natürlich eine ganz erhebliche Grauzone. Was man sicherlich sagen kann, dass die Fußball-Weltmeisterschaften der letzten zwei Jahrzehnte sicherlich unter einer vergleichbaren Einflussnahme vergeben worden sind. Einschließlich Deutschland. Auch wir in Deutschland müssen uns an die Nase fassen. Es ist immer noch nicht ganz aufgeklärt, welche Prozesse zum Vergabeprozess von 2006 beigetragen haben. Aber auch wir in Deutschland wissen, dass im unmittelbaren Vorfeld des Vergabeentscheids an Deutschland durchaus sehr gezielt von der Politik, von der Wirtschaft Einfluss genommen worden ist, indem zum Beispiel auch Großaufträge aus der Wirtschaft, aus der Industrie an Länder gegangen sind, aus denen die Delegierten kamen, die dann im Exekutivkomitee über den Vergabeprozess in Deutschland zu entscheiden hatten. Und Ähnliches hat Katar auch gemacht. Auch sehr gezielt Einfluss genommen. Mit Blick auf die südamerikanischen Delegierten war das noch wohl etwas gezielter. Da kann man, glaube ich, auch im Nachhinein sehr gezielt von unmittelbarer Korruption sprechen. In einigen anderen Fällen sind da auch durchaus Grauzonen berührt. Wenn man heute sieht, dass gut die Hälfte des FIFA-Exekutivs von damals in irgendeiner Form entweder unter Anklage steht, bereits verurteilt worden ist oder in sonstiger Form nicht mehr im Fußball tätig werden kann und es nur eine ganz geringe Anzahl von Delegierten gibt, die wirklich nicht unmittelbar berührt oder betroffen gewesen sind, dann sieht man auch, dass das durchaus schon sehr dunkelgrau bis schwarz ist, was da passiert ist, aber eben durchaus im Gleichklang mit dem, was andere Staaten auch gemacht haben. Australien, die auch im Rennen waren, haben freibütig gesagt, auch wir haben uns um den Kauf von Stimmen um Einflussnahme bemüht. Australien hält sich durchaus seine Transparenz und seine Good Governance-Kriterien relativ hoch. Insofern ist das nicht ungewöhnlich. Und selbst die Briten, die sich zuvor beworben haben, haben zugestimmt, dass so etwas wie eine Ausnahme vom Geldwäschegesetz für die Dauer der WM in Kauf genommen wird. Also hier wird deutlich, wie weit Staaten, auch sehr etablierte westliche Staaten, bereit sind, für diesen Vergabeprozess sehr viel zu tun. Und in diesem sehr dunklen, sehr schmutzigen Geschäft hat Katar eben mitgemischt und erfolgreich in diesem Fall auch mitgemischt. Ja, das klingt Wahnsinn, wenn man das hört, irgendwie auch jeder zweite Funktionär und auch bei der FIFA, die da jetzt, wo es Prozesse gibt bis heute. Wenn man nochmal zurückblickt, 2010, da war ja noch Sepp Blatter FIFA-Präsident. 2015 gab es dann den großen FIFA-Skandal mit Vorwürfen der Korruption, Geldwäscher, das haben wir gerade ja alles auch schon gehört, Bestechung und so weiter. Mehrere Funktionäre wurden festgenommen. Blatter wurde aber gerade, ich glaube, dieses Jahr war es, freigesprochen. Aber natürlich die Frage, was hat sich denn seither verändert in der FIFA? Kann man da irgendwas Positives nennen? Und der Umstand, dass Sepp Blatter bis heute eben nicht verurteilt worden ist, zeugt durchaus davon, dass das bisweilen eher ein, oder grundsätzlich eher ein strukturelles Problem und kein individuelles Problem ist. Und wenn man so will, ist die wichtigste Reform, dass eben dieser Vergabeprozess künftig über den Kongress erfolgt und nicht über das Exekutivkomitee. Das ist sicherlich auf der positiven Seite zu verbuchen. Und das wird dazu beitragen, beim IOC war es ähnlich nach dem Vergabeprozess an Salt Lake City, wo wir eine ähnliche Problemsituation hatten, dass sich die Dinge nicht unbedingt zum Guten, aber zumindest zum Besseren gewendet haben. Was sich nicht verändert hat und dafür steht zu einem guten Teil dann doch der Nachfolger von Sepp Blatter, Gianni Infantino, aus der UEFA kommend, aber mit der gleichen Vertrautheit über Machtstrukturen und macht Prinzipien von internationalen Sportverbänden vertraut. Wer einmal im Amt ist, in der FIFA, im IOC, in der UEFA, hat eben in ganz erheblichem Maße den Zugriff auf die Ressourcen des Verbandes. Und um das an einem Beispiel mal zu illustrieren, bevor Sepp Blatter wiedergewählt worden ist in Zürich 2015, danach ist er dann zurückgetreten unter dem Eindruck, auch der Verfolgung und der Verfehlung. Aber bevor er zurückgetreten ist, gab es entsprechende Werbeaktivitäten. Jeder Mitgliedsverband der FIFA erhält eine bestimmte Summe, die fest ausgeschüttet wird. Zusätzlich dazu gibt es noch einen Bonus oder gibt es Bonusgelder, die gerade im Vorfeld von Wahlen oder Vergabeprozessen ausgeschüttet werden, um sich dann für die nächste WM besonders zu qualifizieren oder vorzubereiten. Das sind Summen von 1, 2 oder 3 Millionen Euro, die jetzt erstmal nicht so umfassend anmuten, die aber für kleinere Fußballverbände durchaus eine wichtige Rolle spielen. Und wenn man eben sieht, dass es immer noch das Prinzip One Federation, One Vote geht, dann sieht man eben auch, dass es bisweilen nicht auf die 50 plus europäischen Stimmen ankommt, sondern nicht in unerheblichem Maße auf der afrikanischen, ozeanischen und andere Stimmen ankommt. Und das hat Sepp Blatter sehr geschickt gemacht, dass er eben diese Stimmen als früherer Verantwortlicher für das FIFA-Entwicklungsprogramm für sich mobilisiert hat. Und über diese Einflussnahme kann man sagen, wird bis heute Politik betrieben. Man schüttet Gelder seitens der Exekutive aus, sichert sich Macht, sichert sich Loyalität und kann mit diesen Strukturen durchaus sich im Amt behaupten. Das kann Gianni Infantino, der kann dann auch mal eine Ethikkommission auflösen und andere Dinge, ohne dass da ganz großer Widerstand passiert. Das ist, wie man so will, die gegenwärtige Struktur der FIFA, an der dann immer noch vieles problematisch ist. Eine Bemerkung sei noch ergänzt. Was neu ist und was sich zum ersten Mal zeigt, dass die Anzahl der kritischen Gegenspieler, der Veto-Spieler, deutlich größer geworden ist, vor allen Dingen außerhalb des Verbändes. Nicht unbedingt innerhalb des Verbandes, da gab es zwar auch immer mal Opposition, aber letztendlich spielte man das Spiel mit und war eben loyal gegenüber demjenigen oder denjenigen, die das Geld entsprechend eben in Aussicht gestellt haben. Dass wir im Kontext der Vergabe an Russland und Katar vor allen Dingen so viel Widerstand erlebt haben und dass beim FIFA-Kongress in Zürich 2015 FIFA-Funktionäre verhaftet worden sind und im Nachgang dazu erhebliche rechtliche Schritte in die Wege geleitet worden sind, hat nicht zuletzt mit der Rolle der USA zu tun. Die USA war der Leidtragende, haben zwar im Nachhinein dann doch noch zugesprochen bekommen, aber eben für 2026, nicht für 2022 und dann im Verbund mit Mexiko und Kanada. Aber die USA war zunächst der Leidtragende und die US-Generalanwältin hat durchaus erhebliche Schritte in die Wege geleitet und die Möglichkeiten der US-Gesetzgebung auch ausgenutzt und auch die Verfolgungsmöglichkeiten ausgenutzt über internationale Bankenkanäle, Transaktionen, Geldflüsse nachzuverfolgen, nachzurekonstruieren und damit dann eben auch entsprechende Prozesse in die Wege zu leiten und gleichzeitig auch die Schweiz mit einzubinden, die mittlerweile auch Korruptionsdinge ahndet. Das ist dann doch ein Straftat oder ein ziviler Strafbestand, der es zuvor dann nicht gewesen ist, was in der Summe dazu führt, dass Staaten, die bis dahin die FIFA mehr oder weniger frei walten und schalten gelassen haben oder sogar den roten Teppich ausgebreitet haben, nun doch etwas kritischer gucken und bisweilen dann auch die eine oder andere kritische Initiative in die Wege leiten. Das heißt nicht, dass deswegen die Schweiz alles richtig macht und dass die Schweiz auf einmal ganz kritisch gegenüber den weitgehend ja in der Schweiz ansässigen Sport, internationalen Sportverbänden ist. Aber es gibt eben mehr Gegenspieler. Dazu gehören auch durchaus so etwas wie die Sponsoren oder zumindest kritische Stimmen. Dazu gehören auch zunehmend kritische Fanorganisationen. Da hat sich doch eine ganze Menge im internationalen Sport verändert, was es so in den vorangegangenen Jahrzehnten nicht gegeben hat und was eben ein Ausdruck auch dieser Welle der jüngsten Zeit ist, eines Vergabeprozesses, der sowohl Fußball-Weltmeisterschaften als auch Olympische Spiele vor allen Dingen in Emerging Countries, in BRICS-Staaten vergeben hat und damit eben viel Widerstand, viel Protest davor gerufen hat. Zu diesen kritischen Sponsoren und kritischen Stimmen kommen wir gleich auch nochmal. Das heißt, es sieht ja zumindest so aus, als geht es in die richtige Richtung. Jetzt sind wir aber 2022 in Katar und da würde ich gerne nochmal genauer drauf schauen, natürlich auch vor allem, was die verschiedenen Missstände angeht. Es wird so viel kritisiert. Einige Aspekte möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Und Punkt eins, was man immer hört, wenn man über Katar und über die WM spricht, Sie hatten es gerade auch schon kurz angesprochen, sind die Baustellen. Katar liegt am Persischen Golf, das grenzt direkt an Saudi-Arabien. Wir haben geschaut, das ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein und hat drei Millionen Einwohner. Dazu muss man aber sagen, von diesen drei Millionen Einwohnern sind gerade mal nur rund zehn Prozent tatsächlich auch aus Katar und die anderen 90 Prozent sind Arbeitsmigranten. Das ist ja alleine schon eine Zahl, die eigentlich erst mal auf den ersten Blick unglaublich scheint. Und zum Beispiel kommen die dann aus Pakistan zum Arbeiten nach Katar auf diese Baustellen. Und die sind ja schon seit Baubeginn, da sollen viele Menschen, ich sage jetzt mal viele Menschen, zu Tode gekommen. Wie viele genau? Das weiß man aber nicht so richtig. Und da gibt es ganz viele verschiedene Zahlen. Also Amnesty International, die Menschenrechtsorganisation, die spricht von 15.000 Toten. Die britische Zeitung The Guardian hat zuletzt von 6.000 gesprochen und FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht von drei Toten offiziell. Wie kommt es zu solch unterschiedlichen Zahlen? Oder anders gefragt, welche Zahl kommt denn der Wahrheit am nächsten? Was ist Ihre Einschätzung? Das ist natürlich äußerst schwer von außen zu bemessen, aber zunächst sind, glaube ich, zwei Dinge ganz wichtig. Also die hohen Zahlen, die genannt worden sind von Amnesty und auch aus dem Guardian, die 15.000 respektive die 5.800, 6.000, das war die Zahl, die der Guardian in den Raum gestellt hat. Das sind die Zahlen, die nicht nur auf die Baustellen, die Fußball-WM-Baustellen bezogen sind, sondern eben auf gesamt Katar bezogene Baustellen. Und das ist eben nochmal eine andere Dimension, wenn man berücksichtigt, dass eben Katar eine Baustelle als Ganzes ist und eben viele Infrastrukturprojekte dort laufen, der Hochhausbau weitergeht, dann stellt sich das in der Tat nochmal etwas anders dar. Gleichwohl muss man sagen, dass dieses Problem der Wanderarbeiter aus Pakistan wurde angesprochen, Bangladesch und anderen Ländern eben ein erhebliches Problem darstellt, es noch stärker ein Problem darstellte, als 2010 der Vergabeprozess abgeschlossen war und dann die Großbauten als solches erst begannen. Und das sogenannte Kafala-System, was eben den Arbeitern höchst begrenzte Rechte, Mitwirkungsrechte nur zusprach und gewissermaßen eine Form von Leibeigenschaft vorsah, die eher dem Mittelalter als der Moderne zuzusprechen ist, das war durchaus in diesen ersten Jahren ein ganz erhebliches Problem und viele im Arbeitsbereich angesiedelte Gewerkschaften oder Organisationen, namentlich die ILO, die International Labour Organization, aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund als Dachorganisation der deutschen Gewerkschaften, haben sich in den Jahren zwischen 2010 und etwa 2014, 2015 äußerst kritisch über die Zustände und über das in Katar vorherrschende Arbeitssystem ausgesprochen. Das hat sich jetzt etwas relativiert und nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wo stehen wir denn gegenwärtig? Gerade auf den WM-Baustellen hat sich die Situation seit etwa 2017, 2018 deutlich verbessert. Die ILO hat dort ein eigenes Büro, ein eigenes Beobachtungsbüro. Die verschiedenen internationalen Facharbeitergewerkschaften haben auch dort, Holzarbeiter und andere, haben mittlerweile auch Beobachtungsstellen eingerichtet und sie dokumentieren in ihren Berichten, dass dieses System, so wie wir es in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts erlebt haben, nicht mehr existiert oder zumindest nicht in den schlimmsten Ausprägungen existiert. Also erhebliche Verbesserungen, erstens auf den Fußballbaustellen, aber auch auf einigen anderen Baustellen, ohne deswegen aber sagen zu können, dass deswegen jetzt alles gut ist und dass wir auf einmal in Katar Arbeitsrahmenbedingungen haben, wie sie vielleicht in westlichen OECD-Ländern bestehen, wie wohl da auch nicht alles in Sonnenschein ist, aber zumindestens, dass gewisse Standards gewahrt bleiben. Dazwischen bewegt sich das. Und es ist relativ schwer, in diesem Licht von Beobachtungen und Stellungnahmen wirklich eine klare, deutliche Linie zu erkennen. Amnesty International sagt, bis 2018 haben sich die Dinge in der Tat verbessert. Danach hätten sie sich wieder verschlechtert, wäre Reform-Eifer erlarmt und in der letzten Phase wäre es wieder zu verstärkten Unfällen und negativen Begleiterscheinungen gekommen. Letztendlich wird man von außen wirklich nicht sagen können, wie viele Menschen auf welcher Baustelle ums Leben gekommen sind, dass die Umstände dramatisch sind und dass sie stark zu kritisieren sind. Das kann nicht in Frage gestellt werden. Es muss aber, denke ich, auch gesehen werden, dass gerade über den Fußball vermittelt zumindest punktuelle Verbesserungen in die Wege geleitet worden sind, die womöglich ohne Fußball-Weltmeisterschaft nicht erreicht worden wären. Insofern hat das Ganze, wenn auch vielleicht unter gewissen Relativitätsvorzeichen, doch auch gewisse Verbesserungspotenziale wirklich erreicht. Und die Vorwürfe sind ja auch enorm gewesen. Also nicht nur, dass dann Löhne nicht gezahlt worden sein sollen, Pässe von Arbeiten wurden konfisziert. Das sind ja teilweise 50 Grad plus, in denen dann die Bauarbeiter da wohl offensichtlich natürlich auch arbeiten müssen, damit die Stadien fertig werden. Was auch noch kritisiert wird, das ist vielleicht auch der nächste Punkt, ist die Situation der Frauen in Katar. Ohne Erlaubnis eines Mannes dürfen die zum Beispiel das Haus gar nicht verlassen, dürfen nicht arbeiten. Und jetzt bei der WM dagegen, da werden zum ersten Mal in Stadien zum Beispiel Schiedsrichterinnen eingesetzt. Wie passt denn das zusammen? Also in der Tat ist das, glaube ich, die weitaus kritischere Dimension, die Frage der gerade angesprochenen Arbeits- und Sozialrechte ist eine problematische, aber durchaus mit Verbesserungspotenzial zu sehende. Die Frage der generellen Menschenrechte, der humanitären und rechtsstaatlichen Bedingungen in Katar ist in der Tat eine höchst problematische. Und man muss nun sehen, dass wir hier über einen arabischen Staat reden, über einen arabischen Staat mit stark fundamentalen Tendenzen, der auch nur begrenzt Öffnungs- oder Liberalisierungsprozesse im Hinblick auf Geschlechterfragen, auf Menschen anderen Geschlechtes grundsätzlich hat, aber auch mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund eben sehr zurückhaltend, sehr kritisch agiert, was vielleicht auch dem Umstand eben der höchst begrenzten Bevölkerungszahlen, 2,7 bis 3 Millionen Menschen, die eben dort leben und dann eben nur den verschwindend geringen Anteil von Menschen, die wirklich dann die katharische Staatsbürgerschaft als solches haben. Diesen Hintergrund muss man sehen, aber und die sehr zentrale Rolle, die ein eher radikaler Islam dort entsprechend spielt, mit Verweisen auf die Muslimbruderschaft und andere religiöse Gruppierungen. Und da sehe ich wirklich die großen, ernsthaften Probleme, denn die Werte, für die der internationale Sport, in diesem Fall der internationale Fußballweltverband, entsprechend eintritt, werden dort mitnichten berücksichtigt, werden dort mitnichten gelebt, selbst wenn es punktuelle Zugeständnisse der Veranstalter oder der Ausrichter in einigen Bereichen gibt, die es auch in der Vergangenheit immer gab. In Brasilien war der Alkoholausschang in den Stadien verboten und trotzdem hat man dann seitens der FIFA, aufgrund der Sponsoren es realisiert, dass das Bier ausgeschenkt werden konnte. Und hier hat man eben auch gewisse punktuelle Zugeständnisse bewirkt, die sich aber absehbar nur auf die Dauer des Ereignisses, des Sportereignisses konzentrieren und die nicht dauerhaft zu einer Liberalisierung beitragen. Übrigens eine Erfahrung, die man auch in anderen Ausrichterstätten von Sportgroßereignissen gemacht hat, auch in China oder anderen Ländern, war nicht nach dem Sportgroßereignis alles liberalisiert und freier als vorher, sondern es wurden bisweilen oder vielfach die Zügel dann auch wieder angezogen. Also das ist in der Tat das grundsätzliche und das erhebliche Problem, dass humanitäre Aspekte und Menschenrechtsfragen in Katar eben sehr kritisch zu sehen sind und nur begrenzt mit westlichen Maßstäben bewertet und beurteilt werden können. Auf der anderen Seite muss man dann auch die Fragen berechtigterweise aufwerfen, ob der Sport oder Fußball ausschließlich eine Kultur des Westens ist oder ob es nicht auch anderen kulturellen Kontexten zu eigen ist oder berechtigterweise im Aussicht steht, unter anderen westlichen oder unter anderen Vorstellungen und unter anderen Werten ein solches Ereignis auszurichten. Stichwort Kultur auch vor Ort. In Katar zum Beispiel steht ja Homosexualität auch unter Strafe. Folter und sogar Todesstrafe sind da möglich. Und der Emir von Katar, der hatte auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob Homosexuellen in seinem Land willkommen seien, gesagt, dass man doch seine Kultur respektieren solle. Wenn das Turnier dann läuft, dann haben ja schon manche Spieler ja auch aus Deutschland zum Beispiel angekündigt oder dass die Kapitäne auf jeden Fall, Manuel Neuer glaube ich auch hat es gesagt, im Stadion diese One-Love-Kapitänsbinde tragen werden. Die hat er ja auch schon vorgestellt. Das wäre doch dann tatsächlich ein Affront gegenüber der Kultur vor Ort, oder? Ja, dieser One-Love-Binde oder Auflage ist ja schon wieder ein gewisser... Es ist nicht der Regenbogen geworden. Ich glaube, der wäre wahrscheinlich dann noch etwas mehr in Affront gewesen, oder? Genau, das ist dann der Versuch sozusagen auch hier eine Lösung auszuhandeln oder zu verhandeln, die beiden Seiten oder den unterschiedlichen Seiten erlaubt, das Gesicht zu wahren. Das ist ein Verhandlungspaket, was ja auch geschnürt wird. Und wir erleben eben, dass Sportgroßereignisse in ganz erheblichem Maße aufgrund ihrer Reichweite, aufgrund ihrer Mobilisierungskraft eben als Bühne für die unterschiedlichsten Schaukämpfe und für die unterschiedlichsten Interessen dienen. Und hier wird eben durchaus... Hier werden Werte verhandelt, hier werden politische Vorstellungen und Zielvorgaben in der Tat verhandelt und eben auch auf dem Platz symbolträchtig zum Ausdruck gebracht. Und der Westen hat eben durchaus seinen Ansinnen, auch nicht zuletzt vor dem Druck der Medien, vor dem Druck auch einer zunehmend kritischen Bevölkerung, die wiederum sich daraus ergibt, dass eben Sportgroßereignisse absehbar in BRICS-Staaten stattgefunden haben. Deswegen muss der Westen sozusagen Flagge zeigen, sind auch Spieler gehalten, politische Verantwortung zu übernehmen und sich nicht hinter irgendwelchen allgemeinen Floskeln zu verbergen. Auf der anderen Seite kann der Westen auch nicht erwarten, dass ein politisches System, ein Kulturraum komplett von Kopf auf die Füße gestellt wird. Und dazwischen bewegen sich eben diese Aushandlungsprozesse. Und diese One-Love-Lagge oder Binde ist dann eben genau ein Ausdruck dieser Kompromissverhandlungen. Vielleicht ähnlich, wie wir das bei der Illumination des oder nicht erfolgten Illumination des Münchner Stadions bei der Euro im vergangenen Jahr erlebt haben, als man eben auch Kompromisse gewählt hat und versucht hat, dem Rechnung zu tragen, vor dem Stadion ja, im Stadion nein, das Stadion selbst dann auch nicht. Aber die UEFA, die dann selbst ihr eigenes Logo wieder in den Regenbogenflaggen zeigt und abbildet, das zeigt also, hier ist wirklich weder schwarz noch weiß, sondern die unterschiedlichsten Grautöne kommen zum Tragen, wenn wir bei der Farbenlehre gerade mal bleiben. Und das ist eben das, was wir im Sport international gegenwärtig ganz stark beobachten. Viele Dinge sind Spielball von Aushandlungsprozessen, von Verhandlungsprozessen, die allgegenwärtig sind und die, glaube ich, noch nie so intensiv geführt worden sind in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, wie sie gegenwärtig geführt werden. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, den Sie gerade auch im Rande schon erwähnt hatten mit dem Stichwort Alkohol. In muslimischen Ländern ist Alkohol verboten. Man darf es außerhalb der Wohnung nicht trinken und es ist während der WM aber jetzt erlaubt. Das heißt also, wenn ich jetzt als Tourist in das Land komme, dann versucht man sich ja normalerweise eben auch das Respekt an die regionalen Gegebenheiten anzupassen. Aber was macht das denn mit den Menschen im Land, wenn jetzt durch diese WM plötzlich die dort gültigen Gesetze ausgehebelt werden? Das ist doch absurd. In der Tat. Also es gibt einige durchaus auch wirkmächtige Stimme, die gar nicht so glücklich darüber sind, dass diese Weltmeisterschaft mit all den Begleiterscheinungen in Katar stattfindet, weil man eben befürchtet, dass man damit auch vielleicht eine Box geöffnet hat, die man nachher nicht mehr geschlossen bekommt und dass man damit das eigene System womöglich auf den Prüfstand stellt und andere Entwicklungen Tür und Tor öffnet. Wiederum dem entgegenzustellen ist die Perspektive, dass zwar offiziell kein Alkohol ausgeschenkt wird, aber im engeren, vertrauten Kreis, hinter verschlossenen Türen, in der nicht öffentlichen Sphäre des Landes eben durchaus auch Alkohol konsumiert wird. Das darf auch nicht übersehen werden, dass es solche Entwicklungen und solche Prozesse gibt. Man hört ja in dem Zusammenhang öfter mal den Begriff Sportswashing. Was genau ist das? Können Sie das erklären? Ja, Sportswashing ist ein Begriff, der so ungefähr seit drei, vier, fünf Jahren verstärkte Aufmerksamkeit und auch verstärkte Verwendung findet. Gemeint ist damit letztendlich, dass die Strahlkraft des Sportes genutzt und eingesetzt wird, um vor allen Dingen über Sportgroßereignisse, aber auch andere Sport-Events auf und für das Land entsprechend positiv zu werben und gleichzeitig Fehlentwicklungen, Negativerscheinungen zu überschminken oder zumindest nicht in der Form zum Tragen kommen zu lassen, dass damit eben deutlichere Kritik auf ein Land herniedergeht. Und dieser Begriff, der ist vor allen Dingen von der englischen Presse zunächst geprägt worden, hat aber mittlerweile auch Einzug in der Wissenschaftswelt erhalten, meint letztendlich, also es ist eine Inanspruchnahme des Sports für eigene Interessen, für so etwas wie Nation Branding, aber auch einzelne Wirtschaftsunternehmen, die sich positiv darstellen wollen. In der Ausprägung, wie wir das gegenwärtig erleben, auch in der strategisch geplanten Dimension, ist das sicherlich etwas Neues. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass zwar unter anderem Namen, aber Ähnliches auch in der Vergangenheit schon immer wieder erfolgt ist, wenn wir sehen, wie die Olympischen Sommerspiele, auch die Winterspiele in Berlin und Garmisch-Patenkirchen 1936 ausgetragen worden sind, dann kann man sehen, dass auch damals schon ein Staat, in dem Fall ein nationalsozialistisches Regime, sehr stark an Sportgroßereignisse genutzt hat, um Fehlentwicklungen, sprich Diktatur, Judenverfolgung im eigenen Staat zu überschminken, ins Hintertreffen zu stellen und die Strahlkraft, die Leistungsfähigkeit des eigenen Landes beim Sport- oder Großereignis besonders zum Ausdruck zu bringen. So viel anders ist das in der Struktur, in der Ausprägung nicht. Was neu ist, ist eben wirklich die Intensität und auch die strategische Planung, die damit verbunden ist, die eben, wie im Fall von Katar, über mehrere Jahre, Jahrzehnte eigentlich hineingreicht. Das heißt also in diesem Fall Sportswashing, wenn man es auf Katar bezieht, das Land will, dass das Image durch diese WM aufgebessert wird. Die Frage ist dann natürlich, bringt das wirklich was? Also ändert sich tatsächlich von vor Ort irgendwas nachhaltig, wenn die Welt da jetzt, naja, ich sage mal, für vier Wochen hinschaut? Ja, also man kann in der Tat sagen, wenn es einem Land gelungen ist, sich auf dieser Weltkarte zu platzieren, dann sicherlich Katar. Ein Land mit begrenzter Fläche, mit 2,7 bis 3 Millionen Einwohner, wäre gemeinhin nicht in aller Munde und wäre jedem bekannt, wenn wir uns andere Klein- und Kleinstaaten angucken, von deren Existenz wir vielleicht bestenfalls wissen, die wir aber nicht geografisch verorten können, über die wir wenig sagen können. Das ist bei Katar anders. Katar kann jeder verorten. Katar kann jeder, kennt jeder, ob immer positiv, das ist das Risiko. Das wollte ich gerade fragen, weil ich kenne es jetzt eigentlich, also für mich ist es jetzt eher negativ konnotiert. Ja, es hat eben in der Tat seine Ambivalenz. Also bleiben wir zunächst dabei, erst mal, dass der Bekanntheitsgrad da ist und das ist durchaus eine Strategie, die Katar verfolgt, über Sportgroßereignisse, über Tourismus, sich von der ausschließlichen Fokussierung auf Ressourcen, weniger Erdöl, mehr Gas zu lösen und absehbar eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Das ist Katar sicherlich gelungen, dass das Bewusstsein dafür da ist, dass man auch in Doha seinen Urlaub verbringen kann und entsprechende Besuche erstatten kann. Das findet auch in verstärktem Maße statt, nicht nur für Menschen aus dem arabischen Raum, sondern auch aus dem europäischen oder anderen asiatischen, fernasiatischen Ländern, die eben nach Katar kommen und nicht ausschließlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder anderen Orts bleiben. Insofern kann man das, glaube ich, schon durchaus als Erfolgsstrategie bezeichnen. Kritisch ist dem wiederum entgegenzustellen, dass eben mit dieser Vergabe der WM auch der mediale Scheinwerfer sich auf Katar gerichtet hat und damit eben auch die Fehlentwicklung des Landes, wir haben einige gerade hier angesprochen, zum Ausdruck gekommen sind. Und das hat dazu beigetragen, dass eben die Wahrnehmung des Landes nicht ausschließlich positiv ist. Das gilt übrigens auch für Brasilien oder Russland in der Vergangenheit als vorhergehende Ausrichter von Sportgroßereignissen, Fußballgroßereignissen ganz genauso und dass man dann eben sehr genau gucken muss. Und deswegen hängt vieles davon ab, wie die WM dann selber stattfindet. Was für Bilder werden produziert? Positive, leuchtende, werbende. Wie wird das Ereignis selber wahrgenommen? Schaut man das mit Spannung, mit Begeisterung, gibt es eine positive Atmosphäre, gibt es eine positive Stimmung? Dann kann es durchaus so sein, dass Katar sich in einem positiven Lichte auch darstellt und dauerhaft das Erbe dieser Fußball-Weltmeisterschaft nicht ausschließlich ein kritisches ist, sondern dass zumindest in die Ambivalenz, die wir hier diskutieren, auch der ein oder andere positive Schimmer hineinkommt und Katar sich dauerhaft positiv darstellt. Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen zweiten Aspekt auch betonen, der etwas weniger im öffentlichen Bewusstsein ist. Katar ist von Ländern umgeben, Sie haben Saudi-Arabien als unmittelbares Nachbarland angesprochen, von Ländern umgeben, die nicht unbedingt immer nur in einem positiven Verhältnis zu Katar stehen. Und wir hatten in den Jahren 2017, wenn man so will, bis 2021 durchaus so etwas wie eine regionale Krise, die zeitweilig auch in die hiesigen Mesien geschafft hat, aber gar nicht so ganz stark systematisch behandelt worden ist, in denen die Nachbarländer Katars das Land ausgegrenzt haben, boykottiert haben, bis hin sogar zu offensiven Drohungen. Das ist nicht nur im Krieg ausgeartet, war aber nicht so ganz weit davon entfernt. Und jetzt nochmal auf Ihre Fragen bezogen, was bringt das Katar? Dadurch, dass Katar sich so stark ins öffentliche Bewusstsein katapultiert hat, dadurch, dass Katar auch Allianzen gebildet hat, über seine sportbezogenen, aber auch über seine anderen Präsenzmöglichkeiten, hat es sicherlich auch einiges dazu beigetragen, dass diese Konflikte, wie sie dann zwischen 2017, 2021 ausgetragen worden sind, vielleicht nicht eskaliert sind oder sogar zu Interventionen, man denkt an Kuwait oder andere Länder, zum Tragen gekommen sind, sondern das Ganze dann nachher doch wieder verebbt, versandet ist. Das ist nicht immer alles friedlich, schädlich, was da passiert, aber es läuft zumindest auf einen Ausgleich hinaus. Auch das kann man als eine Folgewirkung dieser sportdiplomatischen Strategie, dieses Nation-Branding bezeichnen. Eine enge Kausalität oder eine direkte Kausalität abzuleiten, wäre sicherlich fragwürdig und schwierig, aber dass es hier Zusammenhänge gibt, kann sicherlich durchaus in den Raum gestellt werden. Sie haben gerade gesagt, es steht und fällt auch so damit, wie jetzt die WM verläuft, das heißt, wie genau die Welt auch drauf blickt. Die Frage ist natürlich nur, wie die Welt drauf blicken kann. Wir haben mal geschaut, Katar rangeht in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, relativ weit hinten, um es mal auszudrücken, auf Platz 119 von 180 Nationen. Das heißt, die Frage, wie viel kritisches Hinschauen ist denn überhaupt möglich, wenn die Pressefreiheit ja quasi gar nicht da ist und man gar nicht kritisch berichten kann. Wenn man nur die Spiele zeigt, die emotional sind und viele Tore, ist das natürlich schön und gut. Ist da überhaupt irgendwas möglich bei dieser WM? Nein, die Möglichkeiten werden sicherlich relativ begrenzt sein. Das war auch in anderen Ländern, man denke in diesem Jahr an Peking, an China, nicht anders gewesen. Aber die kritische Frage muss auch aufgeworfen werden, möchte die Zuschauerin und der Zuschauer das überhaupt? Alle Erfahrungen der Vergangenheit sagen, im Vorfeld in der Tat ist durchaus auch der kritische Blick der Bevölkerung und der Medien auf das Land gerichtet. Im Rahmen der Vorfeldberichterstattung nimmt man das sehr sensibel und sehr kritisch wahr. In dem Augenblick, in dem aber einmal die Spiele eröffnet oder der Anpfiff erfolgt ist, in dem Augenblick spielen solche Fragen eine zumindest nachrangige, bisweilen auch gar keine Rolle mehr, weil dann doch die Dominanz des eigentlichen Spiels, des Wettbewerbes, die Frage, wie das 1 zu 0 dann wirklich fällt, die entscheidende ist und nicht mehr unbedingt die Frage der sozialen oder menschenrechtlichen Hintergründe. Das ist sicherlich kritisch zu sehen, aber zumindest sagen die Erfahrungen der Vergangenheit, dass diese Tendenz die Dominante ist. Es steht die Probe noch aus, ob das in Katar genauso sein wird, aber viele Dinge sprechen dafür, dass die Fußballbegeisterung, wenn sie dann erzeugt wird und wenn die Spiele spannend sind, die Stars ihre Tore machen und die entsprechenden schönen Momente und schönen Atmosphäre gezeigt werden, dann eben vielleicht auch dazu beitragen, dass eher ein Blick auf den Sport und weniger der Blick auf die Politik gerichtet wird. Umso wichtiger ist die Vorabrichterstattung oder das, was wir hier gerade machen, ja auch wichtig. Vielleicht hören ja hier auch noch viele Leute zu, die vielleicht gar nicht wussten oder wissen, wie schlecht da war Situation auch in dem Land. Das ist ein weiterer Kritikpunkt nämlich hier auch. Naja, ich sage es mal so, Katar zeichnet sich jetzt nicht gerade durch eine langjährige Fußballtradition aus. Wir haben mal geschaut bei Ligaspielen, da sind dann 10 oder 15 Männekes an der Seite. Das ist hier in der Kreisliga C. Wenn jeder irgendwie seine Eltern mitbringt, dann sind da schon mehr Leute am Spielfeldrand. Wird überhaupt irgendjemand von den Menschen, die da wohnen, zuschauen bei der WM? Ja, die wird es geben, allein schon aus Neugierde. Es wird aber, und darauf deuten die Zahlen, die zumindest im Augenblick genannt worden sind, deutlich hin. Es wird volle Stadien geben, anders als bei anderen Sportgroßereignissen, die Katar stattgefunden haben, als mit leeren Stadien gelebt werden musste und die Stimmung dann auch nur, zumindest von den Athletinnen und Athleten, sehr verhalten war, kann bei dieser Fußball-WM eine gewisse Euphorie gezeugt oder erzeugt werden. Menschen aus dem arabischen Raum sind bis jetzt die stärkste Gruppe, die die Weltmeisterschaft absehbar besuchen wollen. Aber USA, Großbritannien, Australien, auch Deutschland sind durchaus die Staaten, die in der Liste der Ticketbewerber relativ weit oben stehen, in der Top Ten Rangliste. Und die werden entsprechende Stimmung, Mobilisierung erzeugen und dafür sorgen, dass es in den Stadien nicht leise wird. Ob so laut wie in Südafrika, steht wieder auf einem anderen Papier. Aber es wird schon eine gewisse lokale oder raumbezogene Euphorie geben, ob auf der anderen Seite, dass dann auch über die Stadien hinaus, in die Städte, in die öffentlichen Plätze und Räume geht. Das muss wieder kritischer gesehen werden, auch allein, weil trotz aller Dynamik und trotz allem Wachstum in Doha die Hotelkapazitäten nicht so groß und so umfassend sind, dass alle Menschen dort vor Ort unterkommen. Viele werden dann auch einfliegen, zum Teil nur für die Spiele und im Nachgang dazu wieder zurückfliegen, was allein dazu beitragen mag, dass sich eben dieses Atmophärische, was gerade im Zuge des Sommermärchens 20.6 so bedeutsam gewesen ist und zu einem Erfolg dann auch dieser Weltmeisterschaft beigetragen haben, dass sich das vielleicht in Katar nicht ohne weiteres einstellt. In diesen Zeiten kommen wir nicht drum rum, auch über das Stichwort Nachhaltigkeit zu sprechen. Zum einen stelle ich mir gerade die Frage, während der WM eine Euphorie, okay, die Stadien werden voll sein, aber nach der WM mit 10, 15 Leuten dann in ein Stadion, wo 50.000 reinpassen. Weiß man schon, was passiert mit den Stadien, wenn die WM wieder vorbei ist? Es gibt unterschiedliche Formate. Einige können zurückgebaut werden. Ein Stadion ist nur aus Containern erstellt worden, aus Schiffscontainern, die eben auch entsprechend so nicht bestehen bleiben sollen. Da ist zumindestens die Tendenz deutlicher geworden, White Elephants, sogenannte weiße Elefanten, zu vermeiden oder zumindestens das Risiko zu minimieren, wie noch in Brasilien, in Manaus, im Urwald entstanden, aber auch in Südafrika und selbst in einer anderen europäischen Stadt haben wir Stadien, die nicht in der Intensität genutzt werden, wie es gemeinhin ursprünglich erwartet worden ist. Selbst das Marokan-Nach-Stadion in Brasilien steht gegenwärtig verwaist, was auch mit den Trägergesellschaften zusammenhängt. Also diese Gefahr besteht in Katar zu einem gewissen Anteil, ist aber von vornherein schon mit berücksichtigt worden, was eben auch zeigt, dass sich insgesamt die Sport- und die Fußballwelt hier verändert. Man lernt aus den Erfahrungen der Vergangenheit und folgt auch einigen Good- oder Best-Practice-Beispielen. London, die Olympischen Spiele in London gelten als ein relativ gelungenes Beispiel, wie man von vornherein Stadien so plant, dass ein Rückbau, ein Umbau, eine weitere Funktionalität gegeben ist. Und das ist in einigen Fällen von Katar als solches eben auch gegeben. Bei der Nachhaltigkeit können wir auch über den CO2-Ausstoß sprechen, der in Katar tatsächlich pro Kopf ja am höchsten weltweit ist. Jetzt werden die Stadien auch noch klimatisiert. Ist diese Kritik auch berechtigt? Ja, wobei im Stadien, im Winter die Stadien-Klimatisierung nicht so auf Hochdruck laufen muss, wie das bei Temperaturen so um die 50 Grad im Sommer ist. Und als diese Entscheidung im Jahr 2015 dann gefallen ist, war zumindestens klar, dass die Dramatik, wie man befürchtet hat, eben nicht zum Tragen kommt, dass eben Menschen kollabieren oder sonstige Gefahren passieren. Was aber, und deswegen auch erneut der Blick auf die Details und vielleicht auch hinter den Kulissen, Katar hat immer sich die Klimaneutralität oder das Bemühen um Klimaneutralität groß auf die Fahnen geschrieben. Aber man muss eben natürlich fragen, ob gewisse Kompensationsabgaben, die dann geleistet werden, wirklich dazu beitragen, die gewünschte und auch sinnvolle Klimaneutralität in die Wege zu leiten. Wenn dann in der Wüste neue Anpflanzungen erfolgen, ob die Anpflanzungen wiederum mit Meerwasseranlagen ermöglicht werden, Entsalzungsanlagen aus Meerwasser ermöglicht werden, die wieder erheblichen Energieverbrauch fördern und da eben die Klimabilanz zumindest indirekt betrachtet dann doch eine relativ kritische ist, dann wird man sehen, dass diese Weltmeisterschaft im Hinblick auf Nachhaltigkeitsprozesse durchaus ihre Defizite hat. Und wenn man dann noch sieht, dass womöglich viele mit Flugzeugen kurz hingekarrt werden, wieder zurückgebracht werden, dann hat das auch seine Grenzen, die nicht unbedingt zum besten CO2-Level beitragen. Jetzt mal jenseits aller Kritik schmücken sich der Sport und auch der Fußball-Mann damit für bestimmte Werte einzustehen und diese dann auch über einen Sportgroßevent wie eben so eine WM an die Bevölkerung weiterzutragen. Stichwort Fairplay, Toleranz, Teamgeist und so weiter. Klappt das denn? Sie haben ja gerade schon gesagt, in den Stadien, ja, die werden voll sein. Ob es dann auch darüber hinaus in die, ich nenne es jetzt einfach mal Kneipen oder so, hinausgetragen werden kann, ist schwierig, aber könnte das denn tatsächlich klappen, dass man solche Werte, die der Sport ja für sich beansprucht, an die Bevölkerung weiterzutragen? Auch hier erleben wir eine zwiegespaltene Perspektive. Auf der einen Seite ist es den Sportorganisationen, namentlich den internationalen Sportverbänden, bewusst worden, dass man im Zuge einer anhaltenden, bisweilen überbordenden Kommerzialisierung seine Wurzeln verliert und Gefahr droht auch so etwas wie Legitimität, Zuspruch, Akzeptanz, auch Integrität zu verlieren. Diese Gefahr ist auch in den letzten zwei Jahrzehnten, diese Kommerzialisierungsprozesse sind ja nicht erst gestern passiert, schon in den 80er, 90er Jahren verstärkt worden und dann eben in den letzten zwei Jahrzehnten als Reaktion darauf, eben dann durchaus das Suchen und das Bemühen um Werte im Sport, um die Einhaltung von Werten. Das wird auch zunehmend in den Vordergrund gebracht und in manchen Bereichen im Jugendfußball und in anderen Sektoren auch durchaus proaktiv ausgestaltet und gelebt. Dem steht dann, und jetzt kommt die Ambivalenz wieder gegenüber, dass eben bei aller Wertschätzung für Sportentwicklung, für Investitionen in den Jugendfußball, in die Entwicklungszusammenarbeit oder auch in bestimmte Kampagnen gegen Rassismus, gegen Homophobie und andere Dinge eben trotzdem immer wieder Fehlentwicklungen auszumachen sind und letztendlich doch der Ruf des Gelds vieles überschminkt, überdeckt, was an positiven Werten und positiven Entwicklungen dann im Raum gestanden hat. Und man muss auch sehen, dass die FIFA als globaler Konzern über erhebliche finanzielle Volumina verfügt, die Pandemie der FIFA nicht groß Abbruch oder große negative Entwicklungen zur Folge geleistet hat und dass mit dieser Entwicklung eben die FIFA eigentlich noch mehr, noch weiter und vielleicht auch noch intensiver solche positiven Aspekte in die Wege leitet. Die FIFA, um das nochmal zu nennen, hat eine Menschenrechtsstrategie in die Wege geleitet. Die FIFA unterstützt in Genf ein Zentrum für Menschenrecht im Sport. Das sind alles positive Dinge und viele kleine Initiativen. Das darf und soll nicht übersehen werden. Also nicht alles ist schlecht, was mit der FIFA verbunden ist. Ob es ausreichend ist, ob es genügend ist im Sinne dessen, was möglich wäre an finanziellen Möglichkeiten, das ist dann wieder die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, wo man sicherlich auch kritisch hinschauen muss. Gab es denn überhaupt schon mal ein großes Sporttournee, das wirklich zu einer gesellschaftlichen oder politischen Veränderung im Gastgeberland geführt hat? Ich denke, dass viele der Fußball-Weltmeisterschaften der letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnte in der Tat auf das Gastgeberland erhebliche Auswirkungen gezeigt haben. Denken wir an Südafrika, die Regenbogen-Nationen, auch ein hochgradig zerrissener Staat, insbesondere vor dem Hintergrund der Apartheid-Politik bis zu den 1990er-Jahren. Und die Fußball-Weltmeisterschaft hat sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, dass der weiße Sportfußball auch in der dunkelhäutigen Bevölkerung stärker zum Tragen gekommen ist, dass aber auch die Menschen miteinander in die Stadien gegangen sind, gefeiert haben und miteinander eben auch so etwas wie ein gemeinsames Bewusstsein, wenn nicht dauerhaft, doch zumindest für eine gewisse Phase ausgetragen haben, ausgerichtet haben. Auch in Deutschland hat der Fußball, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sicherlich zu einem guten Teil, zu einem anderen Verständnis von außen auf Deutschland, aber auch zu anderen Binnenwahrnehmungen beigetragen haben. Japan, Korea, zwei Länder, die eher auch ein kritisches Verhältnis gepflegt haben, sind näher zueinander gekommen durch die gemeinsame Ausrichtung, durch das Co-Hosting der Fußball-Weltmeisterschaft. Also es lassen sich sicherlich verschiedenste Beispiele anfügen, in denen der Fußball Potenzial entfaltet hat. Jetzt kommt wieder die Ambivalenz als Wissenschaftler, neigt man eben dazu, die Dinge eben nicht nur schwarz oder weiß, sondern durchaus differenziert zu sehen, dass diese Erwartungen natürlich nicht überborden dürfen und dass man den Fußball in dem Fall jetzt auch nicht überfrachten darf mit Erwartungen. Der Fußball ist kein Allerheilmittel, der Fußball kann nicht alles regeln und lösen, der kann punktuell Menschen zusammenbringen, der kann einen Rahmen oder einen Kontext schaffen, aber unmittelbar Frieden herzustellen, unmittelbar sozialen Ausgleich, soziale Koalition, gesellschaftliches Zusammenwachsen zu fördern, das wäre eine Überforderung oder eine Frachtung mit Möglichkeiten. Deswegen darf man auch Sportgroßereignisse nicht mit Erwartungen im Hinblick auf potenzielle unmittelbare Entwicklungen konfrontieren, sondern eher eine mittelbare, eine langfristige Perspektive in den Raum stellen. Und wenn ich jetzt noch an die letzten olympischen zum Beispiel Winterspiele in Russland denke oder an die olympischen Spiele in China, ich glaube da, Sie haben sie jetzt nicht bewusst erwähnt, vermutlich auch deswegen, weil da nicht wirklich große positive Veränderungen im Gastgeberland zu erkennen sind, oder? Ja, also wenn man die beiden genannten Winterspiele sich anschaut, dann stehen die natürlich gerade mit Blick auf die Frage der ökologischen Dimension, der Nachhaltigkeit in einem sehr kritischen Licht. In Sochi kommt dann noch die Frage der lokalen Bevölkerung, der Gentrifizierungsprozesse hinzu. Auf der anderen Seite kann man beides durchaus im Blick auf die Sportentwicklung des Landes durchaus positiv sehen. China, gemeinhin nicht die Wintersportnation, hat einiges dafür getan, damit ein Gebiet, was deutlich nördlich von der Hauptstadt Peking lag, weiterentwickelt wird, was auch dazu führt, dass Schulklassen und andere mittlerweile Wintersportmöglichkeiten eröffnet bekommen, die so nicht existent waren. Das ist eher unter dem Themenfeld Sportentwicklung und sportliche Ausgestaltung des Landes zu sehen, weniger unter dem Blickwinkel der sozialen oder des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Solche Prozesse sind aber auch keine Prozesse, die von heute auf morgen passieren, sondern die bisweilen sehr langfristig eine Entwicklung und Wirkung entfalten, weil eben Fragen der politischen Kultur, der Einstellung, der Werte zum Tragen kommen, die gemeinhin eben nicht unmittelbar sich verändern, sondern eher Bestandteil von längerfristigen und auch mentalitätsbezogenen Perspektiven sind. Bei der Frage, wie politisch der Sport eigentlich sein darf, ist mir direkt das Beispiel München vor anderthalb Jahren nochmal im Gedächtnis geblieben. Da wollte die Stadt, dass das Stadion in Regenbogenfagen leuchtet bei der EM und da hat dann, wenn ich mich richtig erinnere, die UEFA dem ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, dass das nicht geht und da haben dann aber immerhin Spieler, wie zum Beispiel wieder Manuel Neuer, der mir einfällt, dann die Regenbogenkapitänsbinde zum Beispiel getragen. Meine Frage wäre jetzt, was denn seitdem passiert ist? Hat sich da was geändert? Ja, ich denke, dieses Beispiel, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, ist in der Tat an sich schon eine Veränderung. Die Sportverbände, am bekanntesten ist die OC Charter mit der Artikel 50, die eben letztendlich im engeren Sinne ausgelegt untersagt, dass politische, religiöse oder andere Symbole im Kontext des Sportes zum Ausdruck gebracht werden, die wird so nicht mehr gelebt und ausgestaltet, wie sie lange Zeit vor allem von den offiziellen Sport gewissermaßen mantraartig vor sich hergetragen worden ist. Das sehe ich wirklich als eine ganz erhebliche Veränderung da. Jemand wie Thomas Bach und auch andere haben sehr deutlich wahrgenommen, dass durch die erhebliche Strahlkraft und Reichweite des Sportes der Sport per se politisch ist. Er erzeugt eine enorme Öffentlichkeit, eine enorme Mobilisierung und diese Öffentlichkeit und diese Mobilisierung ist an sich schon Politik oder eine politische Dimension. Und was gegenwärtig passiert und das würde jetzt die Frage beantworten, man versucht eben diese Form von Öffnung, von politischen Rahmenungen gewissermaßen zu kanalisieren, dass man nicht überall und an jeder Stelle sozusagen politische Interessen austrägt, versucht zu vermitteln oder symbolträchtig in Erscheinung zu bringen, sondern dass man gewisse Kanäle sucht, gewisse Orte, Felder, in denen man zwar eine politische Debatte oder auch einen politischen Ausdruck zum Ausdruck bringt, aber die eben nicht auf das Spiel selbst, auf das Ereignis selbst übergreift. Und so war es eben genau bei dem gerade angesprochenen Beispiel. Im Stadion, das Stadion selbst, wurde der Versuch unterbunden, zu stark in ein politisch geleitetes Interesse überzugehen. Vor dem Stadion selbst durften die Flaggen verkauft werden, die Regenbogenflaggen durften sie getragen, gezeigt werden. Es durfte davor geworben werden und eben, wie gerade auch schon angesprochen, die UEFA selbst hat an diesen Tagen sogar auch ihr eigenes Logo in den Regenbogenflaggen eingefärbt. Das zeigt eben, wie schwierig das für einen Verband wie die UEFA ist, damit umzugehen. Also man sieht, man kann gar nicht anders als diesem Umstand Rechnung zu tragen. Man ist auch gewissermaßen überrollt worden von der Dynamik, der Forderungen, der Interessen, der Anliegen, die von ganz erheblichen Anteilen der menschlichen Bevölkerung eben zum Ausdruck gebracht worden ist. Man sieht sich auf der anderen Seite in der sehr schwierigen Situation, dass nicht alles Politik werden soll, sondern dass dem Fußball oder dem Sport allgemein eben auch noch seine eigene innere Logik beibehalten bleiben soll. Und dazwischen einen Weg zu finden, da laufen genau gegenwärtig die Verhandlungen, wobei das Pendel durchaus stärker in Richtung Politisierung und Öffnung neigt und nicht unbedingt in Zurückführung. Aber das ist genau das, was wir gegenwärtig erleben, dass Event für Event, Ereignis für Ereignis eben genau ausgetragen und verhandelt wird, was ist möglich. Es wird auch immer wieder getestet, es wird ausgelotet und es werden dann Kompromisse gefunden, wie das gerade One Love Banner, was wir angesprochen hatten, aber eben auch andere Orte oder Formate, die gesucht werden. Die Fußballverbände selber reagieren auch darauf mittlerweile, auch das ist ein Bewusstseinsveränderungsprozess. Der DFB fährt nicht mehr bläuäugig nach Argentinien und sieht dort keine Gefangenen, sondern macht Schulungen, instruiert seine Spieler, nimmt auch kulturelle Termine wahr, nimmt soziale Termine wahr, legt sogar eine eigene App auf, in dem bestimmte Hintergrund Informationen vermittelt werden. All das sind Dinge, die hat es so in der Vergangenheit nicht gegeben und die dazu beitragen, dass die politische, aber auch die soziale oder gesellschaftliche Verantwortung von Sportlerinnen und Sportler weitaus höher ist und dass sich sukzessive doch auch der Sport in dieser Richtung deutlich verändert. Ich habe jetzt vor allem auch aufgeschnappt, Sport kann nicht nicht politisch sein. Ich glaube, so kann man es vielleicht auch mit einem Satz dann auch ausdrücken. Dem würde ich unbedingt zustimmen. Also es wäre naiv und auch nicht der, den Strukturen des Sportes angemessen, den Sport eine unpolitische Dimension zuzubelegen, wie man das immer wieder versucht hat. Nicht alles am Sport ist politisch, aber sehr viele Dinge, die im und über den Sport vermitteln passieren, haben eine erhebliche politische Bedeutung und das Jahr 2022 ist in dieser Hinsicht sicherlich mit den beiden Sportgroßereignissen, Winterspiele Peking, Katar, Fußball-Weltmeisterschaft, ein Höhepunkt dieser Entwicklung, manchmal vielleicht auch ein unrühmlicher Höhepunkt, wie er von vielen gesehen wird, weil eben die politische Dimension bisweilen die sportliche Dimension überlagert. Aber die Entscheidungen, so wie sie vor zehn Jahren und länger getroffen worden sind, führen eben dazu, dass unter veränderten gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Grundlagen, die damals gelegt worden sind, jetzt als Konflikte oder unterschiedliche politische Interessen ausgetragen werden. Sie haben gerade gesagt, Verbände haben auch dazugelernt, Stichwort DFB. Jetzt werden ja die nächsten olympischen und paralympischen Spiele und auch die Fußball-Weltmeisterschaften in westlichen Ländern stattfinden. Kann man das auch so ein bisschen als Hinweis deuten, dass die FIFA zum Beispiel oder auch das IOC, dass die verstanden haben oder gelernt haben so ein bisschen? Sie haben zumindest sicher verstanden, dass sie mit dem Vergabeprozess der vergangenen Jahrzehnte erhebliche Probleme hervorgerufen haben und Konflikte geschürt haben, die sie so bei dem ursprünglichen Vergabeprozess nicht im Blickfeld hatten und die jenseits des Radars der Erwartungen damals gegangen ist. Dass jetzt das Pendel stark in die Gegenrichtung schlägt, hat sicherlich zwei zentrale Gründe. Das eine, man will das wieder etwas einfangen, was an Politisierung, auch an Kritik auf die internationalen Sportverbände in den vergangenen Jahren herniedergegangen ist. Man sucht aber auch gerade nach der Pandemie Orte, die ganz sichere Austragungsorte sind, sowohl was Fenzuspruch betrifft, aber auch politisch-mediale Rahmenbedingungen und will ein möglichst geringes Risiko eingehen und deswegen diese Vergabepolitik, die in der Tat sehr augenfällig ist, wenn wir über Paris, L.A., Brisbane in Australien sprechen und auch die nächste Fußball-Weltmeisterschaft eben in den USA, Kanada und Mexiko sehen, dann ist das genau Ausdruck einer in der Tat gegenläufigen Tendenz. Ausgelöst vielleicht eben auch durch Proteste zum Beispiel von Spielern oder aber auch Sponsoren, da haben wir ein ganz passendes Beispiel gefunden und zwar im Vorfeld der WM hat der Ausrüster der dänischen Nationalmannschaft, Hummel, ja ich sag mal für Schlagzeilen gesorgt. Die haben nämlich gesagt, Zitat von der dänischen Firma, wir wollen nicht sichtbar sein bei einem Turnier, das tausende Menschen das Leben gekostet hat, Zitat Ende. Und die haben dann Trikots entworfen, komplett in Schwarz oder halt in Rot oder in Weiß, sodass man aber nicht nichts anderes sieht. Also man sieht quasi auch nicht Hummel und das ist halt total Erinner gewesen. Also die sind super oft verkauft worden, so oft wie noch nie ein ländisches Trikot und diese Einnahmen, die haben sie dann unter anderem auch an die Menschenrechtsorganisation Amnesty International gegeben quasi. Wie wichtig ist es denn, dass auch Sponsoren sich positionieren? Ich meine in diesem Fall hat es ihnen ja auf jeden Fall total geholfen, allein schon fürs Image. In der Tat, das ist glaube ich auch eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, die eine höchst aktuelle und sehr junge Entwicklung ist. Sponsoren, nehmen wir nochmal das FIFA-Beispiel, haben sich eigentlich jahrelang wenig drum geschert, welches Image die FIFA hatte, welches Image Sport Großereignis hatte, solange sie ihre Flaggen, Banner, Produkte entsprechend platzieren konnten und davon ausgehen konnten, dass man weiterhin gute oder sogar verstärkte Geschäfte da machen konnte. Und ein erster Wandel passierte dann 2015 mit dem gerade schon angesprochenen Züricher Kongress, der wirklich deutlich die Wahrnehmung, das Bild der FIFA verändert hat. Da haben die Sponsoren zum ersten Mal sehr ernsthaft geschaut, ist das nicht sogar ein Risiko? Und der eine oder andere hat sich dann auch überlegt, nicht mehr seinen Vertrag als Premium-Sponsor zu verlängern. Das war so das erste Symbol oder das Signal. Die allerjüngste Entwicklung und das ist die, die gerade auch angesprochen ist, wird in der Tat kreativ, produktiv von den gerade internationalen Unternehmen genutzt, dass man eben sieht, aha, wir können über eine bestimmte positive politische Botschaft, über bestimmte Werte, über bestimmte Symbole eine Klientel erreichen, die wir vielleicht bis dahin gar nicht erreichen konnten, die aber zumindestens für uns Image, vielleicht sogar Werbe- oder verkaufsförderlich ist. Und man setzt dieses eben dann auch ganz gezielt ein, um, wenn ich, um immer einen Mehrwert im Sinne von höher erhöhten Umsatz zu schaffen, dann aber zumindestens einen langfristigen Mehrwert im Sinne des Nation- oder in dem Fall des Firmen- Brandings und des Unternehmen-Images, was eben dadurch hergestellt wird. Und das gerade angesprochene Hummel-Beispiel wäre in der Tat ein solches Beispiel. Es geht nicht um den schnellen, die schnelle Mark oder den schnellen Euro oder die Krone, die da erzählt wird, so erzählt wird, sondern eben der Versuch, mittelfristig das positive Image zu nutzen. Man muss allerdings, und das sei auch erwähnt in diesem Rahmen, aufpassen, dass die sehr kritischen Fans das noch gutieren, noch wahrnehmen und akzeptieren. Denn wenn man das überzieht, kann auch sehr schnell das Pendel wieder um die Gegenrichtung ausschlagen und man kann eben auch als durchaus politisch korrektes Unternehmen, als allzu willfährig betrachtet werden, im Mainstream segelnd, als anpassend, anbiedernd an Mehrheitsmeinungen wahrgenommen werden. Und das führt dann eben nicht dazu. Deswegen müssen die Unternehmen mit solchen Entscheidungen sehr genau aufpassen. Sie tun das, sie orchestrieren das auch über ihre Social-Media-Kampagnen, loten das mittlerweile auch höchst gezielt aus. Was wird gutiert? Man ist auch bereit, relativ schnell bisweilen die Strategie zu wechseln und negativ gesprochen auch das Fähnchen in einen anderen Weg zu wechseln. Das soll nicht heißen, dass jetzt alles nur auf Commerz ausgerichtet ist. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass Firmen und Unternehmen ein höheres Maß an sozialer Verantwortung zeigen als in der Vergangenheit und man eben auch eine Sensibilität für diese Dinge entwickelt. Auf der anderen Seite spielt man eben auch sehr geschickt auf der Klaviatur dessen, was möglich ist und dazu tragen eben auch solche Sportgroßereignisse wie jetzt in Katar bei. Es gibt ja immer dieses tolle Public Viewing bei Groß-Events, zum Beispiel auch bei der Fußball-WM. Da hat jetzt zum Beispiel hier in Köln die Brauerei Mühlenkölsch angekündigt, dass sie keine Spiele der WM in ihren Brauhäusern zeigen wird. Zumindest jetzt nicht so richtig Public Viewing, aber innen passen ja auch manche rein. Und zum Beispiel auch in Frankreich viele Großstädte, die gesagt haben, nein, bei uns wird es kein Public View im Gegend. Ist das tatsächlich etwas, was Auswirkungen hat? Sie hatten ja eingangs schon gesagt, dass wahrscheinlich auch jetzt es wieder so sein wird, dass es vielleicht sogar Rekorde geben wird, was die Zuschauerzeigen angeht. Aber so kleine Proteste wie diese Brauerei, hat das Auswirkungen? Ja, es wird in der Tat, also es ist nicht entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Die Rekorde kann es in der Tat vielleicht damit verbinden, dass die Anzahl der Public Viewing Events zurückgeht, dass deswegen aber vielleicht die Einschaltquoten von dem heimischen Fernseher oder wie auch immer das Medium, was zu Hause verwendet wird, ausschaut. Das muss man ja auch nochmal bei den ganzen Streaming-Möglichkeiten sehen. Aber dass die durchaus deswegen nochmal steigern, denn die Zahlen der Public Viewing-Besucherinnen und Besucher in den vergangenen Jahren und bei den vergangenen Sportgroßereignissen waren in der Tat beträchtig, die nicht wirklich richtig erfasst worden sind und die zu Lasten, wenn man so will, der Einschaltquoten gegangen sind. Im Umkehrschluss warten wir das ab, aber steht zur Diskussion, dass eben die Einschaltquoten etwas höher sind und das geschehen sich eher auch angesichts der Jahreszeit auf das heimische Wohnzimmer oder den engeren Freundeskreis und nicht ein erweitertes gesellschaftliches Großereignis bezieht. Dass Firmen dies dann auch durchaus gezielt nutzen, mag in dem einen oder anderen Fall dazu beitragen, weil man wirklich eine feste politische Meinung hat oder aber eben auch, weil man Teil einer Mehrheitsmeinung ist und in Frankreich scheint das sehr ausgeprägt zu sein. Die Franzosen waren auch solche wie einige andere Länder, die immer wieder punktuelle Boykott-Debatten geführt haben. In Deutschland war das weniger ausgeprägt, in anderen Ländern ist das immerhin mal erwähnt und debattiert worden. Auch bei anderen Sportgroßereignissen ist es immer wieder zur Debatte gekommen. Das zeugt eben auch von einer noch vielleicht stärkeren Politisierung und von einer etwas stärkeren Radikalisierung im Hinblick auf die Reaktion auf entsprechende Events. Jetzt hatten wir schon Protests oder Boykott von Unternehmen, von Sponsoren. Wie wichtig ist es denn, dass sich Spieler darüber hinaus positionieren? Ich habe gehört, dass jetzt beim DFB-Team zum Beispiel auch Politik auf dem Trainingsplan stand. Ja, in der Tat. Auch das ist eine neuere, jüngere Entwicklung, die politische Verantwortung von Athletinnen und Athleten im Sport, die auch durch diese Vergabepolitik geschürt worden ist, die aber durch den medialen Druck forciert worden ist. Nehmen wir eine so prominente Figur wie Philipp Lahm, der sich als Käpt'n von Bayern München durchaus noch hinter einer eher floskelhaften Bemerkung verstecken konnte. Ja, wenn wir ins Trainingslager nach Katar reisen, dann beobachten wir das ganz genau und damit drückt er seine Sensibilisierung dafür aus, auch dass man damit umgeht. Trotzdem ist Bayern München danach und weiter bis heute ins Trainingslager nach Katar gefahren, hat nichts an der Sponsorenschaft geändert. Also das war zunächst erstmal eine Formulierung und wir sind gegenwärtig aber durchaus in der Situation, dass es nicht mehr ausreicht, nur das Ganze mit einer eher allgemeinen Bemerkung zu kommentieren, sondern dass man eben auch aufgefordert wird als Spieler, gerade der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft, Verantwortung oder Position zu beziehen. Und das erfolgt, indem eben erstmal überhaupt ein Verständnis und ein Wissen, ein Bewusstsein über Strukturen und auch Fehlentwicklungen da ist und in dem eben dann doch etwas genauer wird. Und der neue DFB-Präsident versucht das, glaube ich, auch weiter forcierter in die Wege zu leiten. Boykott-Politik steht nicht im Raum. Das war die Politik der 70er oder 80er Jahre und man hat gelernt, dass mit Sportballkonten letztendlich keinem gedient ist. Weder den Austragenden, noch den Zuschauenden, noch den Ausrichtenden. Das ist, glaube ich, mittlerweile weitgehend vom Tisch, aber symbolische Aktionen. Und da sind wir bei der Frage, wie agieren Spielerinnen und Spieler im Fußball, auch in anderen Sportwettbewerben. Und was wir zunehmend mehr erleben, sind eben symbolträchtige Aktionen im Sinne eines Hinwendens oder Zuwendens, zum Beispiel von der Ehrentribüne, im Sinne des Tragens von entweder Flaggenbinden, aber auch Schuhen. Besonders berührend und besonders kritisch diskutiert wurden die lackierten Fingernägel im Zuge der Leichtathletik-WM in Moskau. Das waren alles Dinge, die es gegeben hat und die es auch weitergeben wird und bei dem immer wieder auch der Rahmen des Möglichen ausgelotet wird und auch den Grenzen der Kreativität bisweilen keine Grenzen gesetzt wird. Wenn der Torjubel eben bestimmte Symbole zum Beispiel zum Ausdruck bringt oder bestimmte politische Botschaften sukutan vermittelt, dann geht das eben genau in die Richtung. Spieler haben dies auf dem Schirm, reagieren auch und werden eben durch ein zuvernehmend professionelleres Management im Umfeld auch von Seiten der Verbände entsprechend geschult und in die Wege und entsprechende Schritte werden in die Wege geleitet. Und da geht es ja irgendwie auch um die richtige Antwort darauf, was kann man machen, was ist erlaubt, was ist noch so gerade irgendwie möglich. Da gibt es ja auch echte Fußballliebhaber, die darum ringen, was jetzt so die richtige Antwort ist und es gab ja auch Podiumsdiskussionen bei Fanprojekten. Sie selbst waren ja auch an der Uni Augsburg bei einer Diskussion des FC Augsburgs zu Gast. Welche Antwort haben Sie denn persönlich für die Fans auf die Frage, was denn die richtige Antwort ist, wie man sich vielleicht verhalten könnte? Ja, also grundsätzlich gilt auch hervorzuheben, dass Fußballfans in ganz erheblichem Maße sich mit diesen Dingen politisch auseinanderzusetzen. Das war früher eine kleine Gruppe, ein kleines Klientel, die sich mit solchen politischen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt hat. Mittlerweile ist der Anteil derjenigen beträchtlich und es hat in den vergangenen Wochen und Monaten und es gibt absehbar auch in den nächsten Wochen und Monaten eine Fülle von Ereignissen, Diskussionsrunden, Berichterstattungen über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wo gerade kritische Fußballfans, die Protagonisten und die Motoren eine Auseinandersetzung sind. Und ich glaube, das ist der erste zentrale und wichtige Schritt. So etwas wie Herstellen eines Bewusstseins, eine stärkere Informationsbetreibung, die in die Wege geleitet wird, dass man überhaupt weiß, worüber man redet und nicht eben wie 78 Franz Beckenbauer und Berti Vogts mit Aussagen zitiert werden, dass es keine entsprechenden politischen Gefangenen gibt, was einfach naiv gewesen ist und was auch politisch unklug als solches gewesen ist. Also in so einer Situation sind wir nicht. Das ist der erste Schritt, also überhaupt erst mal Wissen herzustellen, Wissen zu vermitteln, aber auch Wissen zu diskutieren. Und dann der zweite, auch ganz wesentliche Versuch ist eben mit anderen Fanorganisationen, mit anderen Akteuren im organisierten Sport Allianzen zu schmieden, aktiv zu werden und dann durch Aktionen, vielfach eben symbolträchtiger Natur, Banner, Flaggen, Werbekampagnen und viele kreative Bereiche, die auch gerade im Social-Media-Bereich erfolgen, eben Fehlentwicklungen, Brandmarken, positive Veränderungsperspektiven aufzeigen und damit eine durchaus so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Stimmung. Man könnte sogar hier von einer wirklich sozialen Bewegung sprechen, die eben nicht als Institution organisiert ist, sondern aus der Mitte der Gesellschaft herauskommt, von unten herauskommt und politische Prozesse, politische Veränderungen in die Wege leitet. Das hat dann wieder Grenzen, wenn man sieht, dass man in Deutschland nicht unbedingt die Dinge, die in Katar vor Ort passieren, direkt unmittelbar mit entsprechenden Wirkungen verändern kann. Aber wenn so etwas weltumspannend global passiert und auch in ganz erheblicher Intensität passiert, dann kann man davon ausgehen, dass vielleicht manche Prozesse irreversibel sind und eben zum Beispiel Fragen der Geschlechtergleichberechtigung in Katar zumindest in einer mittel- bis langfristigen Perspektive auch durch diese Fußball-Weltmeisterschaft und gerade durch solche Aktivitäten, wie die gerade angesprochenen, berührt und verändert werden. Ich hoffe, dass uns ganz viele Fußball-Lieber aber jetzt hier zuhören. Wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Ich könnte mich stundenlang weiter unterhalten. Vielleicht schaffen wir es aber am Ende noch mal so ein bisschen den Hörerinnen und Hörern so ein positives Gefühl zu geben. Wir haben jetzt auch so viele kritische Dinge natürlich zu Recht auch erwähnt. Es ist ja so, dass Sie forschen ja nicht nur zu den großen sportpolitischen Fragen, sondern Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Fußball, ich nenne es mal an der Basis, zum Beispiel mit Bolzplätzen. Wie oder was verbinden Sie denn persönlich mit Bolzplätzen? Ja, das ist in der Tat ein großer Sprung, aber Bolzplätze sind in der Tat auf der einen Seite auch mittlerweile dem Marketing-Sprech unterliegend, dass eben viele heute in der Nationalmannschaft prominent agierende Aktive ihre Sozialisation auf dem Bolzplatz erfahren haben und das auch nicht verhehlen und sagen, ohne den Bolzplatz wäre ich nie der geworden, der ich bin. Boateng zum Beispiel kommt mir jetzt direkt im Sinn. Wäre die ganze Familie, genau, mit unterschiedlichen Ausprägungen, die im berühmten Affenkäfig, aber auch ob in Gelsenkirchen oder an anderen Orten im Ruhrgebiet, in verdichteten urbanen Plätzen, ihre Spieler ihre Sozialisation auf Bolzplätzen erfahren haben, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Warum Bolzplätze trotzdem so wichtig sind oder warum sie entscheidend sind, Bolzplätze sind, wenn man so will, ein relativ, sagen wir mal, mittelaltes Phänomen. Sie sind nicht schon seit Jahrhunderten da, sondern sie sind eigentlich erst im Zuge der Verdichtung und der Veränderung von deutschen Städten in den 60er, 70er, 80er Jahren entstanden, als wir immer mehr Mobilität hatten, als Straßenfußball so nicht mehr möglich war. Die Baulücken wurden geschlossen, die grünen Wiesen waren vielleicht gar nicht mehr verfügbar oder auch mittlerweile zugebaut in der Stadt und es gab die Notwendigkeit, dass es eben gewisse Spielplätze gibt, aber wenn man ein gewisses Alter überschritten hat, ist man vielleicht nicht mehr auf dem Klettergerüst, sondern will sich eben anderweitig betätigen und deswegen viele Bolzplätze, die in den 70er, 80er Jahren entstanden sind und, glaube ich, auch einen ganz erheblichen Teil dazu beigetragen haben, dass so etwas wie gesellschaftliche Prägung, gesellschaftliche Sozialisation erfolgt, gerade in einem Setting jenseits von Schule, jenseits der Autoritäten. Man reguliert sich selber, man sammelt seine Erfahrungen, positive wie negative, auf einem Bolzplatz und versucht sehr eigenständig, seine Kreativität zu entwickeln. Und ich glaube, da ist der Bolzplatz in der Tat ein ganz wichtiges, nicht nur in Deutschland existentes Phänomen, was aber nur in Deutschland so heißt. Also es fehlt eigentlich an einem sprachlichen Pendant in den anderen Ländern, da wird eher von Straßenfußball oder von anderen Begriffen gesprochen. Und dieser Bolzplatz als Hort jugendlicher Sozialisation hat, glaube ich, in der Tat Generationen von jungen Spielern begeistert, hat aber dann auch irgendwann seine Bedeutung verloren, als der Fußball immer professioneller wurde und als der DFB dann gerade 2006 eine Nachwuchsproblematik hatte und auch festgestellt hat, wir müssen neue und kreative Formen finden, hat man sogar so etwas wie Minifelder als solches neu entwickelt, mittlerweile ja auch die Regeln angepasst und vielleicht etwas mehr den Blick auf den Bolzplatz gerichtet und nicht nur auf die Professionalisierungsstrategien. Und in dieser Sicht, in dieser Hinsicht oder in dieser Perspektive sollten wir den Bolzplatz durchaus im Blickfeld halten, selbst wenn wir aufpassen müssen, dass manche Bolzplatze drohen zu verweisen oder eher anderen Sportarten mittlerweile offen stehen und gar nicht mehr so viel Fußball ausschließlich da passiert wird. Aber dass diese Form von Urwüchsigkeit und von Originalität oder auch Authentizität des Sports, des Fußballs weiter beibehalten wird und dass solche Veränderungen auch mal wieder von der Basis aus kommen müssen, auch sollten, um das Urwüchsige des Spieles, den Kern des Spiels und auch vielleicht das Lebendige des Spieles neu zu gestalten und auszugestalten. Deswegen macht es in der Tat Spaß auch zu sehen, dass nach wie vor Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen in Deutschland nicht nur im Organisierten, sondern auch eben im selbstorganisierten, im informellen Bereich unterwegs sind und der Bolzplatz ist eben der Ort, wo das am häufigsten passiert. Und es steht zu wünschen, dass diese Bolzplätze auch weiterhin Zuspruch finden und entsprechend wahrgenommen werden. Die Wissenschaft, aber auch die Kultur hat das mittlerweile getan, indem Bolzplätze mittlerweile den Rang eines kulturellen Erbes haben. Es gibt gegenwärtig den Prozess oder die Debatte darüber, den Bolzplatz zum immateriellen Kulturerbe, also die Praxis des Bolzplatzes, nicht nur den Ort als solches, sondern auch die mit dem Bolzplatz verbundene Praktiken zum immateriellen Kulturerbe zu haben. Das zeigt auch, welchen Stellenwert, welche Bedeutung und welche Reichweite dann doch Fußball für die Gesellschaft als solches hat. Ich habe da auch alles gemacht früher. Ich bin direkt nach der Schule auf dem Bolzplatz, in den Käfig, auf die Asche, da haben wir alles gemacht, nur kein Fußball gespielt, glaube ich, aber tatsächlich von morgens bis abends dann da gewesen und das war echt, ja, es war schön. Und jetzt genau diese Basis, auf die es ankommt, wenn man jetzt nochmal einmal den Bogen mit einer letzten Frage oder fast letzten Frage nochmal spannend jetzt zur WM. Wie viel Authentizität, wie viel ehrliche Begeisterung, Völkerverständigung steckt denn eigentlich noch heute in so einer Fußball-WM? Oder anders gesagt, ist denn trotz dieser ganzen Skandale und über Kommerz, über die wir jetzt gesprochen haben, überhaupt noch etwas übrig geblieben? Ja, ich glaube, das ist in der Tat die Faszinität, die der Fußball doch immer noch ausübt und die ihm innewohnt. Alle Versuche, den Fußball zu domestizieren, den Fußball in Anspruch zu nehmen, mögen zu einem gewissen Teil erfolgreich gewesen sein. Es gibt aber auch so etwas wie einen Restresidualbereich, in dem der Fußball widerspenstig ist, in dem der Fußball seine Urwüchsigkeit hat. Wenn wir heute in die Tabelle der Bundesliga gucken und sehen, dass Union Berlin ganz vorne, ganz da vorne steht, ob das dann noch am Ende des Jahres auch noch der Fall ist. Wir haben ja eine längere Pause und da mag es durchaus dazu kommen, dass die angestammten Bewerber vielleicht nicht ganz gestärkt aus der Weltmeisterschaft hervorgehen, weil man dann auch ermattete Spiele hat. Also insofern ist die Chance vielleicht für Union Berlin gar nicht so ganz schlecht, aber es bleibt abzuwarten. Aber was man sieht also, dass der Fußball doch immer noch Überraschungsmomente inne hat, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, bei aller Außenrechenbarkeit, bei aller Planbarkeit, bei aller Kommerzialisierung. Und das steht vielleicht auch bei dieser Weltmeisterschaft zu erwarten, dass wir Dinge erwarten, dass Dinge spontan, ungeplant, überraschend, kreativ erfolgen und passieren. Die zeigen, der Fußball hat so etwas wie eine Eigenlogik, einen Eigensinn, der eben diesen Fußball weiter auch als faszinierendes Sportereignis hochhält und der eben auch künftige Generationen von Kinder, Jugendlichen für den Sport weiter begeistert und nicht nur die Negativerscheinungen als ausschließlich Komponente im Blickfeld bestehen lässt. Also diese Erwartung steht durchaus im Raum, wie intensiv sie sein wird und wie stark sie durchschlagen wird. Das werden wir gemeinsam erleben. Aber der Fußball hat zumindest das Potenzial einer gewissen Widerspenstigkeit, sich als solches zu behaupten. Herr Mittag, ich bedanke mich für das Gespräch. Gern geschehen. Das war Folge 21 von Eine Runde mit. Unser WM-Spezial. Das Gespräch mit Jürgen Mittag hat mir gut geholfen, die Situation in Katar besser einzuordnen. Ich hoffe, für euch waren die Einblicke aus der Sportpolitik genauso interessant wie für mich. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gebt uns gerne einen Daumen hoch, abonniert uns und bleibt sportlich.